Ihr wollt 24 Stunden Call of the Wild Action? Spannende Pirschjagden und aufregende Herausforderungen? Genau das haben wir für euch. Drei Streamer, ein gemeinsames Projekt. Der große 24 Stunden Call of the Wild Koop-Stream. Mit dabei Nesi TV, Holgersson und Squamata 1990. Am 10. März starten wir mit Holgersson ab 14 Uhr in den Stream und gehen auf Diamantenjagd. Ihr dürft euch also auf beste Unterhaltung freuen. Ab 22 Uhr dürft ihr mit Nesi in die Nachtschicht starten und seid dabei mit bestem Content versorgt. Vielleicht kommt ja sogar etwas ganz großes auf uns zu. Um 6 Uhr morgens übernimmt dann Squamata den Stream und geht mit euch auf die Reise nach seltenen Fellfarben und sucht nach dem ein oder anderen Schmuckstück. Das alles erwartet euch am 10. und 11. März live auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020